Es war auf der Straße von Ixdorf nach Ypsilonhagen. Da kam ich vom Bahnhof, schon fing ein gewitter Guss an. Ich hatte die Tropfen im Mantel, im Schuh und im Kragen. Ich hatte den Autos und eines ein kleines Hilt an. Ein Himmelblauer Drabant, in der Schuh und im Regen. Der große Himmel war grau, trübe und grau. Ich aber vor, im Himmelblauer Drabant, in der Schuh und in der Schuh. Dann war es Zeit, die Front Anxel, die ich konnte auf dieser Fahrt machen. Nicht auf dieser Fahrt, aber auf dieser Fahrt. Dann war es Zeit, die Doors zu entfernen. Und als ich dann aufsteig und sah wie verlegen, er lachte. Dann habe ich den Bonnet, ein Himmelblauer Drabant, rollte durchs Land, mitten im Regen. Der große Himmel war grau, trübe und grau. Ich aber vor, im Himmelblauen Drabant, wär übers Land, mitten im Regen. Oh ja, ich danke dir sehr, lieber Schuppe, für diese Tour. Ein Himmelblauer Drabant, rollte durchs Land, mitten im Regen. Der große Himmelblauer Drabant, der große Himmel war grau, trübe und grau. Ich aber vor, im Himmelblauen Drabant, quer übers Land, mitten im Regen. Oh ja, ich danke dir sehr, lieber Schuppe, für diese Tour. I started by painting the floor in the car with the Humroll 33 in a matte black. Then I painted the dashboard with the Humroll 33 in a matte black to make it black. And I also painted the sides of the seats with Humroll 33 black. Then the seats themselves are painted with Humroll 9 brown, which is a brown that I call Whiskey Brown or Gin Brown, because it's a bit like it. Then I painted the doors with the same colour. Here's the result of the three layers more of the Humroll 9, and some Humroll 29 on the doors, which I forgot to film. Though you will be able to see it a little bit later in the video. Now it's time to mount the front axle again. I didn't screw the screws all the way in this time, because then I could have some suspension in the front axle on it. I don't know how he demonstrates it here. And it always turns to mount the dashboard again. Now in this first row I filled up the dashboard the wrong way around, so the door wouldn't fit properly, which I later discovered. Then I turned the dashboard over again. Here's the door that doesn't fit when the dashboard is the wrong way around, and the door fits! I'm going to turn the dashboard over again. I'm going to turn the dashboard in the right way around, and the door fits! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017